Was seh ich hier, Bro? Ich hab nichts gemacht. Oh, what the fuck? Oh, wer liegt hier? Der sieht aus, als hätte er sich eingeschissen. Yo, was geht ab, Junge? Ich spiel heute das neue Outlast Trials mit meinem Baby Tissi, Bro. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Also, es ist mein männlicher Cousin, falls Leute denken irgendwie, falls irgendwelche Leute Vermutungen haben. Bro, ich weiß nicht, was hier abgeht in diesem Spiel. Aber ich seh ganz viele verstörte Dinge, Bro. Der Mann tritt die Tür auf. Okay, ja, beruhig dich. Junge, es geht rein, Bro. Ich brauch noch ein bisschen Wasser zur Abkühlung. Bro, ich habe gerade das Tutorial gespielt und ich schwitze schon aus jeder Röhre. Ich weiß nicht, was uns jetzt erwarten wird, Junge. Ich hoffe, ich kriege keinen anaphylaktischen Schock. Das wäre schlecht. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns hier an den Tisch jetzt hören. Wir sind willkommen in deiner persönlichen Zelle. Digga, sind wir hier eingesperrt oder so? Was ist das hier für ein kranker Komplex? Du musst herkommen. Wir müssen sich hier hinsetzen. Ah, okay. Jo, was geht, Bro? Du auch? Alter, Arm drücken. Jo, jo. Waaah. Das war Rick, Bro. Das war Rick. Nochmal, nochmal, nochmal. Das war Rick. Das war Rick. Setz dich wieder hin, Bro. Das war Rick. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Willst du ficken? Ja, willst du ficken? Guck mal her. Oh. 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 Ich bin stark. Ich bin stark. Oh, ich zieh dich. Ich zieh dich. Ich zieh dich. Damn. Boah, ich hab dich. Ich hab dich, Bro. Digga. Yeah. Sag ich doch, Bro. Easy. Nur 15 Sekunden, Bro. Jetzt geht's los. Bist du ready oder was? Nochmal kurz. Nochmal kurz. Gott betit, Junge, Bro. Nochmal kurz. Amen. Bro, ich hab mehr Bizeps. For real. For real. Guckt euch das Ding an. Oh, guck mal da, Digga. Warten auf Reagenzen. Bist du ready dafür, Bro? Ja. Das wird dir wirklich ein hartes Ding. 2013. Muss ich dir einsetzen, glaub ich. Ich setz mich gegenüber von dir, Bro. Ich muss dir in die Augen. Oh, ja, geil, ey. Das geht richtig ab, ganz klar. Ich weiß, was gerade eben im Tutorial gespielt hat. Wenn wir das zusammen jetzt gleich spielen können und da rumlaufen können, das wird nix. Bro, ich fühle mich wie bei Sorg. Weißt du mein? Wie bei Sorg. Ja, ich bin der Exterminator. Ach, du Scheiße, man. Digga, hau mit. Tote, der... Digga, das sieht wirklich aus wie bei Sorg. Digga, das sieht übelst... Geil aus, Alter. Ja, Mann, Digga, ich hab so Bock. Boah, was? Alter! What the fuck? Ich glaub, ich hab eigentlich... Was macht der da was? Er trinkt mich um. Digga! Was seh ich hier, Bro? Was seh ich hier? Was muss ich hier... Alter, das ist wirklich klar. Alter! Bro, der hat... Okay, das ist wirklich wie bei Sorg. Der hat einen Schlüssel. Hast du's gerade gesehen? In seinem Dickdarm, in seinem Bauch. Hä, was hast du gesehen? Du hast was anderes gesehen? Ja, ich hab was anderes gesehen. Oh mein Gott, wir haben beide... Digga, wir müssen wirklich so wie bei Sorg. Kennst du, wir müssen uns so freiräsen? Ach, scheiße, Bro. Komm mit hier bei mir rein. Töte den Verräter, Polizeirevier. Oh, warte mal. Hier kratzt sich irgendjemand. Das sieht gar nicht gut aus. Bro, wer ist er? Ah! Yo! What the fuck, Bro? Der ist aggressiv! Der schläft! Komm her, Digga! Was ist das denn? Digga, Bro, hat der ein fucking Zwister-Marschloch? Digga, was ist das? Okay, warte mal. Wir müssen jetzt... Erreiche den Sicherheitsraum, Jack. Wir müssen weiter. Wir müssen wirklich hier rein. Ja, okay. Wir müssen wirklich hier rein. Oh mein Gott, Digga. Bro, what the fuck. Okay, das kannst du aufbrechen hier. Oh, fuck, oh, fuck. Was hast du getan? Was hast du getan? Das Ding aufgebrochen. Komm her, komm her, komm her. Alter, hat sich der eingeschissen? Hey, Junge, warte mal. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er. Ich hab's gesehen. Oh, oh, oh. Der holt mich. Der holt mich. Der holt mich. Oh, fuck. Oh. Alter, das war's, Digga. Das war's. Oh, da. Mach es. Alter. Das ist, was es braucht. Der hat mir eine Marietin in den Hals gesteckt. Der hat mir eine Marietin in den Hals gesteckt, Bro. Bin weg, bin weg. Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Oh mein Gott, ich hab's, ich hab's. Er hat mich schon wieder. Er hat mich schon wieder. Bro, das gibt es nicht. Der hat mich schon wieder, Bro. Das ist, das ist, das ist anbeliebend. Okay, du passst. Okay, du passst. Bro, das gibt nicht. Ich, ich renne zum Missingold. Ich renne zum Missingold. Oh mein Gott. Ah, hier müssen wir auch nicht weiter lang gehen. Ja, ich sag ehrlich, Bro. Ich weiß nicht, wie ich escafen soll, ne? Komm, komm her, Timo. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja, bin ich, bin ich, bin ich. Volle, ich hoch, ich hoch, ich hoch, ich hoch, ich hoch. Gut, gut, gut. Oh, oh, Big. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Okay, okay. Ah, warte mal. Wie, wie kann ich dir helfen? Du musst wegrennen. Es ist way too crazy. Oh mein Gott, hier kommt einer. Oh mein Gott, bei mir kommt einer. Oh mein Gott, die Alte ist bei mir. Ich glaube es nicht, Bro. Und ich bin im Menü. Fick dein Leben. Oh mein Gott, Bro, das ist nicht der Ernst. Ich bin Russisches Fang. Ich brauche Hilfe, Yusuf. Trinkte, trinkte medizinische. Medizinische Hilfe. Oh mein Gott, Bro, was mache ich hier? Boah, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Hier kann man sich nicht verstecken. Ich komme hier nicht weg. Oh, ich bin nicht, ich bin so jung. Oh, ich habe mich versteckt. Oh, ich kann mich verstecken. Nein, das war's. Tod. Tod, ich gebe auf zu dich. Das war's. Das war's. Digga, holy shit. Alter, Bro, die macht mich so ein Metzl. Die Metzl mich komplett. Aber volles Rohr. Die kennt mich einfach. Hä, was? Hä, was? Die findet mich einfach ein Mopmer. Was ist denn das? Alter, yo. Yo. Ich hab nichts gemacht. Yo, what the fuck. Oh, fuck. Alter. Der hat schon umgebracht. Kopf kaputt, Bro. Okay, Prüfung, viergeschlag. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich sag dir ehrlich, wir machen das jetzt so. Wir müssen die am Anfang besser outplayen, die Alte. Ich find's besser. Ich bin neu. Ich leck jetzt meine Maus ab. Tötet den Verräter, Polizei. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen was machen. Ich hab auch einen Trick, guck mal. Hier nicht mehr, nicht so ran. Nicht so ran an die Leute. Die hauen dich, die schlagen in die Fresse. Soll ich mal so eine Flasche gegen Shettle werfen? Warte, Flo. Oh, yo. Krieg' ich das? Ja, Bro. Er ist übel eingepisst. Warte mal. Alter. Entriegel und öffnen. Entriegel mal. Ich werf die Flasche, warte. Ich werf die Flasche. Damn. Hit, 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 hit. Schließen, schließen. Oh, der ist weg. Der geht weg. Warte, der geht direkt wieder weg. Guck mal, der rennt weg. Guck mal, hier würde ich nicht machen. Helfen, guck, dann bin ich nur drüben. Ich weiß, wo's rüber geht. Was passiert hier? Hallo, hallo, hallo? Hier geht's, hier geht's rüber, Tio. Komm, ich hab die Alte kommt. Ich hab irgendwer kommt. Digga, das hört sich gar nicht gut an. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, unter dem Tisch. Ich bin unter dem Tisch. Ich bin unter dem Tisch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bless Angie. Bless Angie, bless Angie, bless Angie. Oh nein, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist krank. Das ist Geist. Komm, der macht einen Zündscher mit mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, Bro, das ist der Stream-Snipe. Der Stream-Snipe. Der Stream-Snipe. Komm, hier, komm, hier. Digga, Bro, der hat mich gerade in die Mine reingeworfen. Warte, vorsichtig. Du guck, du guck, du kannst Crouchen legen. Du guck, du guck, du guck. Oh, wer covert hier so, Alter? Ach, Junge. Digga, Bro, geht's dir gut? Brauchst du das? Oh, ich hab ne Sicherung. Alter, yo, was, what the fuck? Hast du die Sicherung? Das ist mir nichts, Alter. Nee, Bro, mir auch nicht, Digga. Lass mich in Ruhe, ich muss mein Geschäft machen. Take in the seat, Bro. Take in the seat, glücklich. Okay, we're ready, Bro. Okay, wollen wir? Ja, okay. Hast du diese Leitung hier rausgenommen? Ich bin gerade aus jetzt. Hier ist es. Komm mit, komm mit. Nein, hier, Bro, hier. Nein, geht's nicht lang. Ah, der hört uns jetzt durch diese Dosen, Digga. Das ist ja gar nichts. Oh, oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, gar nicht geil, gar nicht geil. Oh, oh. Oh, Alter. Ich hab mich versteckt. Der macht wieder Moves. Ach, der ist blind. Guck mal, der ist wirklich blind. Guck mal, die sind blind, Bro. Die können nur hören. Kacke, Bro, ich hab einen Balken mehr beim Gerät. Komm mal, der Homo. Der ist direkt bei mir. Ja, ja, ich seh's. Boah, ich kann so spielen. Er ist nicht da. Wollen wir raus? Okay, Big. Ja. Ah, das ist smart. Also, die Leute, die hören nur. Die sehen nix. Guck mal, er hat checknet. Oh, oh. Ja, das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Oh, hat er das gesehen, die Nutte? Das hat er gesehen, Bro. Das hat er gesehen. Was? Was? Halt's auf, Junge. Kann ich raus? Jetzt muss ich noch weiter. Jetzt muss ich noch weiter. Wir müssen weiter. Okay, okay, okay. Dann komm. Komm, 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 komm. Das war so lost, Bro. Das war so lost, Bro. Weiter. Geh durch. Geh rein. Oh, mein Gott, Bro. Oh, mein Gott. Echt gut. Weiter. Guter Kord. Let's go. Okay, war 50-50. Erreiche den Verräter, Junge. Oh, er liegt hier. Der sieht aus, als hätte er sich eingeschissen. Hey, Junge. Ah, ich hab hier. Guck mal hier. Ich hab einen Dietrich. Guck mal hier. Wir sind jetzt schon mal beim Verräter. Aber jetzt vorsichtig. Jetzt musst du sagen. Dig esse. Oh, mein Gott. Bro, das war ich nicht. Komm mit, hier lang, Tico. Komm mit, komm mit. Oh, oh. Oh, oh. Boah, jetzt ist meine Lampa auch raus. Komm, 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 komm. Wir dürfen nicht rennen, wir dürfen nicht rennen. Sag ich so, wie es ist. Ja, warte mal. Hier ist so ein Medical-Kasten. Hier ist so ein Medical-Kasten, Bro. Guck mal. Oh, mein. Oh, oh, oh. Alter, was hab ich? Eine Spritze. Damit kann man einen Spieler wiederbeleben. Und benutzt es, um deinen Freund wiederzubeleben. Okay, komm mit. Bro, was machst du da? Warte, ich spritze mir kurz Adrenalin, weil ich kann das nicht mitnehmen. Ah, wir kommen hier nicht rein, Bro. Danke für den Hydrat, Junge. Für den Koffer. Darf erst mal ein Hydrat? Doch, hier. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, Bro. Ganz kurz ein Hydrate. Boah, ich sehe jetzt halt nichts. Jetzt sind wir ein bisschen fickt. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Unser Gedingt ist halt ein bisschen leer, weiß ich. Ich meine, ich hab einen Backstein. Ich hab einen Backstein. Ich hab einen Backstein. Was ist das? Das bin ich nochmal. Hä? Hä? Bro, was ist das mit dir? Das ist doch ein Bug, hä? Das ist kein Bug, Bro. Du hast einfach übelste Persönlichkeitsprobleme. Hier ist zu krass, Digga. Sag ich dir sowieso. Hier ist zu krass. Ich kann mir erstmal mitziehen, Bro. Ich kann mir erstmal mitziehen. Ich muss full life sein. Okay, was müssen wir machen, Bro? Die Mission ist, startet die Generatoren im Keller 0 von 2. Wir brauchen zwei Generatoren, right? Wir sind in irgendeiner Tiefgarage. Wenn du schleißt, ist der echt so overpowered. Oh, 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 oh. Digga, Bro, du bist irgendwo durchgegangen. Na, das war's jetzt, Digga. Jetzt ist Game over. Wir müssen das Ding finden, wo ich in den Kanister reinmachen kann. Go, hol auf, der ist vorgeschrieben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Be cool. Oh mein Gott, Bro. Boah, diese Call, der ist vor mir. Ich öffne die Tür. Oh mein Gott, Bro. Bro, holy shit, ich bin fast wieder tot, ne? Ich sage dir so, wie es ist. Ich habe noch zwei Balken Leben. Meine Sanity geht es gar nicht gut, Bro. Was ist gerade verdient? Bro, ich will mich verstecken. Hier kann ich mich verstecken. Bro, ich muss erstmal ganz kurz klar kommen, Bro. Bro, was ist gerade passiert? Ich brauche unbedingt Medizin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. das gibt es nicht das gibt es nicht aber das ist so ein schuss er wollte ich habe es geschafft ja weil ich alles ablenke die aber nicht alle gegner wie bin ich gerade weggerannt ich habe gerade so in zehn crazy gespielt ich nehme das benzin brotter nein das hat krach gemacht sage ich das war nicht gut okay habe ich kann ziehen habe ich geschlüge ist drin das ding finden wo ist es damit sich reingasen wo muss ich einhalten muss reinhalten dass hier sind wir nicht richtig das kann es mir nicht erzählen zerschmettern aktuell nicht möglich wollen wir das aufbrechen brau 21 das war ein powerband alter wie arz und digga nein ich hab doch gar nichts gemacht oh mein gott jetzt kommen die leute wieder verstecken ich bin im kofferraum ich bin voller psychose ich bin im kofferraum digga wir brauchen nur den zweiten jahre hat und dann haben wir es ja ja wir haben die mäßigen in halt der letzte jetzt ich komme ich komme ich komme einfach Have-Russ-Pro abgeschlossen und mein gott kick rock bbpbbxation wo müssen wir ihn denn Gier zu zurück zu dem verräter im zellblock der ganze kam mit er zeigt wo die snitch ist komme her kommen wir das nicht wie ihr guckt sagt denn mein gott bei mir kommt die ganze rüber in diesen die data finden müssen unbedingt das weit erschieben müssen weiter schieben ich schieb den weiter jetzt ja Ja, schieb weiter, Bro. Ich suche hier nach irgendwas. Digga, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich finde den Schlüssel. Oh, der Schlüssel, Bro, ich sag dir ehrlich, der ist irgendwo in einem Bauch drin. Den müssen wir rausholen. Den müssen wir rausrockern. Gehen aber was... Was denn? Mach du das bitte, mach du das. Der holt den Schlüssel raus, Alter. Oh, Junge. Warte, ich grabe mal kurz, Bro. Ich grabe mal kurz. Oh, hab ich gefunden, Bro. Warte. Ey, der Mann fährt, der Mann fährt los. Zack, abgeschossen. Rein, ihr Junge. Ich hab was gefunden. Oh, mein Gott, ich hab was gefunden. Oh, mein Gott, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich bin wieder full life. Was ist das für ein Typ? Insane. Ich bin fast tot, Digga. Ja, komm her. Ich hab schon ein Ding, Tigo, für dich. Für den Kopf. Oh, mein Gott, Bro. Ich bin irgendwo drin. Ich bin im Kopf. Ach, du Scheiß. Was mach ich hier? Bro, ich mach Operation. Alter. Digga, ich hab jemanden gerade einen Schlüssel auf den Kopf geholt. Oh, mein Gott, ich bin tot. Das war's, Digga. Oh, mein Gott. Bro, das ist so overpowered. Die checken dich ja wirklich gar nicht, wenn du sneakst. Guck mal, ich hab schon... Wir müssen nur noch einen dritten Schlüssel finden. Ich hab auch noch einen Schlüssel, aber ich hab kein Tor geöffnet. Guck mal, hier, Feuer. Schlüssel, Feuer. Oh, mein Gott, ich hab's, Bro. Ich bin so smart. Wir brauchen jetzt noch den dritten Schlüssel. Schiebe den Verräter. Ah, wir müssen den Verräter weiterschieben. Oh, mein Gott, Big, das mach ich jetzt. Wir können den Verräter weiterschieben, Youssef. Guck mal, der muss weiter rein. Du hast die Tore, deswegen... Deswegen musst du die links hören. Hilfe! Das machst du gut, Bro. Das machst du gut. Okay, okay, okay. Mein Mate ist hier. Wir brauchen halt noch den dritten Schlüssel. Das stimmt schon. Ansonsten sind wir halt echt lost. Der muss hier in irgendeiner Leiche drin sitzen. Die Tür ist noch zu. Guck mal rechts rein. Die Tür, der noch zu war. Hier? Hier war ich aber auch noch nie, hier war ich aber auch noch nie, Bro. Hier ist es, hier ist es. Nee. Hinweis entdeckt, Krone. Ich hab's, ich hab's. Oh, oh, oh. Ich hol' ihn raus, ich hol' ihn raus. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Let's go, let's go. Hier ist die Krone, Bro. Let's the key. Ich drück rein, ja? Schiebe ein bisschen, dann drück ich rein. Jawohl, jawohl, Gameplay, let's go. Rein, mach rein, mach rein, mach rein. We can do it, we can do it. Let's go, let's go. Yeah, yeah. Auf Block, Junge. Schiebe ihn hier rein, schiebe ihn hier rein. Ach du Scheiße, Mann, was passiert mit dir, Mann? Oh, ja. Yo, yo. Yo, wer ist das? Oh, mein Gott, hier ist jemand. Du musst hier, hier ist jemand. Ach du Scheiße. Du bist tot, Digga. What the hell? Ach du Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hab eins, hab eins, hab eins, hab eins. Oh, mein Gott, Bro. Du musst weg, denn die dann geht auch plane. Ja, 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 ja. Alles, was wir machen müssen, die dann auch plane müssen laufen. Ich retz dich, Digga, ich retz dich. Oh, mein Gott, ich retz dich. Hey, bro, ich chill. I got you, Baby. Einer muss aktivieren jetzt. Und jetzt spielen, du Bastard. Und jetzt spielen, und spielen, und spielen. Okay, warte. Ich hab was. Ich hab jetzt alles, Bro. Ich hab Adrenalin intus und ich knack jetzt den Dings, Bro. Und ich knack jetzt den Dings. Ich hab alles, ich hab alles, legit. Es geht nicht. Wie lange muss man da halten, Digga? Hä? Das ist ja übelst unfair. Bist du tot, bist du tot? Ich hab Madcat. Komm her, komm zu mir. Wie soll das? Ich geh nicht. Ich bin gestorben. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Hä? Digga, was macht der mit dir? Okay, halt. Drück, 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 drück. Weißt du, wie lange du da halten musst? Nein, nein, nein. Ich hab's first strike. Ich hab's first strike gerade. Ich mach's gerade. Zwei von fünf. Hab's geschafft. Digga, ich bin ein Big Gamer, Bro. Ich bin ein Big Gamer. Holy shit, Bro. Du darfst da nicht durchdrücken, Yosef. Ich redz dich jetzt. Bist du ready? Ja. Drei. Zwei. Eins. Und go. Und los. Und los. Und los. Und los. Und sie geht rein. Und sie geht rein. Und die Medizin kommt. Ja, Bro, er kämpft, Digga. Bro, du bist ein so einräudiger Beklammer, Bro. Ich lutsche dir deine Rosette. Lutsche dir deine Rosette, Digga. Oh mein Gott, Digga. So ein Pock. Komm, lass mal los, Digga. Oh, das war... Oh mein Gott, Digga. Ich bin nicht in seine Arme gesprungen, Digga. Oh nein, Digga. Ich fucking retard-bustard, Mann. Der geht halt immer wieder straight. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel-Bug ist, ne? Vielleicht kann das ja auch ein Bug sein bei uns. Dann musst du es bitte finish mit mir. Bitte finish mit mir. Bitte finish mit mir. Bitte, ich blase dir ein. Bitte mach's. Bitte mach's. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so ein Macher. Ich bin so ein Macher. Mach, 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 mach. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Renn weg, renn weg. Renn weg. Komm mit, komm mit. Du musst wegrennen, so wie ich die. Du musst hier drüber. Oh mein Gott, das ist so smart, Digga. Ich sterbe. Oh mein Gott, Digga. Ich hab ihn so gesmartet. Ich hab ihn so gefickt. Der ist hinter mir, ja. Ich hab ihn so gefickt. Ich hab ihn so gefickt. Ich mach jetzt eine, Bro, ja? Ja. Du musst einfach gedrückt halten. Du musst einfach gedrückt halten. Guck mal, oben links ist fast voll. Siehst du, oben links den Balken? Du musst einfach gedrückt halten. Du kannst auch mal einen gedrückt halten. Guck mal, ich lenke ihn ab. Das klappt so gut zu zweit. Ich lenke ihn ab. Ich lenke ihn ab. Und du musst. Erst bei mir. Erst bei mir. Erst bei mir. Mach, 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 mach. Du kannst es drücken. Du kannst es finishen jetzt. Okay, Brauch. Ich zieh durch. Ich zieh durch, Digga. Wie hochspannung. Find ich. Auf hochrollt. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Yes. Uh. Ja. Let's go. Let's go. Du musst durchziehen. Zieh durch. Zieh durch. Okay, lass dir die Prüfung. Jetzt müssen wir durchziehen, Bro. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab ihn gefickt. Du musst vorbei. Renn vorbei, renn vorbei, renn vorbei. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Drücken, drücken, drücken. Let's go. Ich hab gedrückt, Bro. Warte auf die Ankunft des Shuttles. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was? Oh mein Gott, Digga, was ist denn das denn? Ich hab's, komm her. Ich hab's. Wir, 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 ich bin outrated, ich hab ihn outrated. Komm her, komm her, komm her. Digga, was hast du denn scammed? Komm her, komm, renn. Ich bin drin, ich bin drin, ich zieh durch, Digga, ich zieh durch. Oh, ich zieh durch, Digga, ich zieh durch. Ich bin drückt. Oh. Wie jetzt, du bist tot, Digga. Ja. Verblutet. Die sind beide jetzt. Egal, Digga, ich sag's dir ehrlich, wir haben es beide geschafft, die haben beide. Digga, wie schwer war das bitte, Digga, holy scuff, Bro. Ja, sie ist einfach kurz vorm Shuttle, ich kann mich nicht hinsetzen. Jetzt geht's, glaub ich, jetzt bin ich gefinished. Er ist tot. Ziziz ist tot, ja, jetzt geht's. Digga, jetzt haben wir es abgeschlossen, D. Zeit, 55 Minuten, Digga, Bro. Ich bin komplett brainwashed, Tode 3. Eine deprimierende, Digga, wir haben einfach D bekommen, Digga. Weißt du, was da steht? Eine deprimierende Leistung. Anerkennung, das Sanitäterteam wird extra aufräumen müssen. Digga, das Sanitäter muss extra aufräumen müssen. Okay, das war's mit dem YouTube-Video, Bro. Wenn's dir nicht gefallen hat, dann auf gar keinen Fall abonnieren. Ich würd' sagen, all the trials, was würdest du sagen, dein Gesundheitszustand. Perfekt, Bro, das würd' ich auch dazu sagen. In dem Sinne, reingeschissen!